Hey Leute, hier ist eure Bora und in diesem Video geht es um Teil 2 des Fähigkeiten, Fertigkeiten, Baums in Darkness Falls von 7 Days to Die. Im ersten Teil bin ich ja mehr so auf die Action Skills und Vorteile eingegangen, wo man entsprechende Punkte ausgeben kann oder auch Bücher finden kann, um bestimmte Werte zu ändern. In diesem Video wird es um die sieben Klassen gehen, die wir zur Auswahl haben. Das heißt, wenn wir neu in 7 Days anfangen, ist unsere Aufgabe, sich zwischen ein dieser sieben Klassen zu entscheiden. Und jede hat halt so ihre Vor- und Nachteile, um im Spiel halt voranzukommen. Und die Wahl einer Klasse kann einem halt den Beginn etwas einfacher machen oder halt auch etwas schwerer. Und ja, ich gehe im Folgenden darauf ein, welche Klassen ich zu Beginn wählen würde und welche zum Beispiel auch mir wirklich bis zum Schluss lassen würde. Also auf geht's! Ja, als eine der ersten Klassen würde ich tatsächlich entweder den Farmer oder den Hunter wählen. Tatsächlich liegt die Tendenz eher beim Farmer, weil wir hier die Möglichkeit haben, sofern wir ein Buch bekommen haben. Also wir starten immer mit einem blanken Buch und haben dann die Auswahl, uns zu entscheiden. Und wenn wir dann die Farmer-Klasse genommen haben, haben wir die Möglichkeit, diese drei Fertigkeiten zu skillen. Das heißt, wenn wir uns für die Farmer-Klasse entscheiden, liegt unser Schwerpunkt zu Beginn erstmal auf der Schrotflinte. Das heißt, wenn wir hier Punkte ausgeben, verändern sich entsprechend die Werte bzw. wir erhalten Vorteile dadurch. Wir können schneller rennen, während wir eine Schrotflinte halten oder wir erhalten weniger Schaden beispielsweise oder, oder, oder. Genau, das heißt, Schrotflinte ist unsere erste Waffe der Wahl. Dann geht's, wie der Name schon sagt, um Farmer, natürlich auch um, ja, Samen und die Erzeugung von Beeten. Das kostet weniger. Wir erhalten mehr Feldfrüchte zurück, wenn wir hier entsprechend fortgeschrittenes Ganzes skillen. Auch verbrauchen wir weniger Ausdauer. Ja, letzten Endes kriegen wir einfach viel, viel mehr Früchte zurück. Und natürlich wird ein bestimmtes Saatgut freigeschaltet, dass wir dann halt sehen können, was uns am Anfang noch nicht so möglich ist. Und zu guter Letzt haben wir nochmal den Zuschärft. Das heißt, wenn wir hier entsprechend den Bereich skillen, können wir halt je nach Stufe mehr und mehr Rezepte freischalten, die natürlich auch je fortgeschrittener sie sind, mehr Nahrung und zur Verfügung stellen. Auch mehr Gesundheitspunkte hier unten werden dadurch hergestellt. Also es ist insgesamt schon auch recht sinnvoll, das vielleicht sogar zu Beginn zu wählen, um hier mit den Lebenspunkten und den Ausdauerpunkten recht frühzeitig hochzukommen. Genau. Dann gibt es nochmal eine Pharma Mastery. Das ist bei jeder Klasse so. Da hat man die Möglichkeit, hier zehn Punkte auszugeben. Das sieht man jetzt hier gerade so ein bisschen schlecht, aber zeige ich euch gleich noch woanders. Und auch da werden dann wieder bestimmte spezielle Dinge freigeschaltet, die ihr sonst einfach nicht nutzen könnt oder wo ihr sonst halt so einfach nicht die Möglichkeit habt, außer ihr findet es. Das wäre also, sage ich mal, tatsächlich auch, auch wenn es hier an erster Stelle steht, auch mit meiner ersten Wahl. Ich habe tatsächlich aber mal den Hunter ausprobiert. Also ihr seht, zwei von zwei. Und da habt ihr hier den Vorteil, dass ihr ja mehr schleicht, leiser seid, weniger Lärm macht, wenn ihr Häuser oder dergleichen betretet. Und wenn ihr im leisen Zustand jetzt per Bogen zum Beispiel irgendeinen Zombie anvisiert, macht ihr mehr Schaden. Und je weiter ihr das natürlich gilt, desto besser perfektioniert ihr halt auch diese Fähigkeit. Beim Jägersmann ist es so, dass ihr hier mehr Rohstoffe aus erlegten Tieren, sei es jetzt gerade am Anfang Hühner, Hasen, ausbekommt, was euch natürlich wieder beim Überleben hilft, wenn ihr mehr Fleisch habt, weil Fleisch gibt natürlich auch mehr Energie in dem Sinne. Und zum Schluss haben wir nochmal die Fähigkeit, das habe ich jetzt weniger geskillt, dass ihr mit Gewehren nochmal extra Schaden macht, aber auch, dass ihr Tiere oder Zombies, dass die euch angezeigt werden. Habt ihr hier oben nachher, wo euer Kompass ist, wird dann, weiß ich nicht, ein grünes Huhn angezeigt. Dann wisst ihr, ah, okay, grün steht für, tut mir nicht weh. Und wenn ihr eine Schlange habt oder ein Wildschwein oder ein Wolf, dann wird euch da halt ein rotes Tier, eine rote Schlange, ein rotes Wildschwein angezeigt. Und wisst, ah, okay, hier ist ein Tier in der Nähe, das ist nicht ganz so nett zu mir. Und natürlich auch Zombies perspektivisch. Und auch hier gibt es die Master-Hunter-Klasse, hier sieht man das ein bisschen besser, weil das nicht so ausgegraut ist. Und hier hätte ich die Möglichkeit, zehn Punkte auszugeben. Hätte ich sogar, mache ich aber nicht, weil das schon recht teuer ist. Und die zehn Punkte gerade, während man spielt, man eher noch für andere Sachen ausgeben kann, als jetzt hierfür. Und ich erzähle euch nachher zum Schluss auch nochmal, wie ihr an Master-Bücher herankommen könnt. Hier werden auch nochmal spezielle Magazin-Vergrößerungs-Mods, führende Sniper oder dergleichen freigeschaltet. Ja, das soweit zum Jäger. Dann haben wir den Arbeiter, haben wir hier. Wenn ihr das wählt, dann steht mehr so die Schmiede-Vordergrund, dass ihr halt hier schnell Gegenstände dieser Art herstellen könnt. Oder auch Gegenstände schneller mit reduzierten Kosten an Arbeitsstationen. Also ja, ihr müsst halt weniger Ressourcen da wahrscheinlich dafür einsetzen. Die Dinge werden schneller hergestellt. Ja, elektrische Pfeilen bringen mehr XP. Also ja, das ist ganz nett, aber ist jetzt für mich gerade am Anfang noch nicht so relevant. Deswegen würde ich wirklich den Farmer oder den Jäger als eine meiner ersten Klassen wählen, bevor ich hier zurückgreife. Dann haben wir nochmal Hammer und Forge. Genau, hier geht es entsprechend darum, dass hier nochmal bestimmte Dinge auch in dem Bereich freigeschaltet werden. Genau, eine Big Forge kann hier dann hergestellt werden. Stahl kann ab hier hergestellt werden. Und auch nochmal die fortgeschrittene Forge. Hier gilt es zu beachten, das hatte ich glaube ich in dem vorherigen Video auch schon mal erwähnt. Wenn man hier unter den Vorteilen Forge Ahead auf 3 hat und das kann man meistens durch Bücher finden, dann könnt ihr die Forges herstellen. Also die Schmieden macht das auch, weil wenn ihr dann zu der Arbeiterklasse zurückgeht und das lernt, dann wird der Wert quasi, also die Forge Werte hier zurückgesetzt. Das heißt, sie sind wieder auf Null und ihr müsst hier zusätzliche drei Punkte ausgeben, damit ihr hier wieder eine normale Schmiede und so herstellen könnt. Deswegen überlegt euch das gut. Genau, und dann haben wir hier noch die Well-Maintained, sodass die Gegenstände halt sich langsamer abnutzen und ihr mehr davon habt. Genau, und auch ähnlich für die Waffen. Auch hier gibt es wieder eine Masterstufe mit entsprechenden Vorteilen. Dann kommen wir zum Mechaniker. Hier ist es so, dass es mehr darum geht, dass ihr aus Gegenständen mehr Ressourcen herausholen könnt, wenn ihr die beispielsweise abbaut. Also wenn ihr zum Beispiel ein Auto zerlegt oder irgendwelche anderen Teile, eine Klimaanlage zum Beispiel, dann kriegt man da elektrische Teile raus oder dergleichen. Oder beim Auto, da kriegt ihr ja ganz viele Sachen raus. Und wenn ihr das hier halt skilzt, kriegt ihr halt mehr Teile daraus. Ausdauerkosten reduzieren sich. Ja, und ihr baut auch schneller ab. Also ihr zerlegt den Gegenstand halt auch schneller. Genau. Hier haben wir wieder den Mechaniker. Das ist das gleiche in grün wie vorhin mit den Schmieden. Ihr habt hier die Möglichkeit, Vehicles for Dumpshits entweder über Bücher zu lernen oder ihr skilt das entsprechend hier mit Punkten, die ihr ausgebt. Ich habe es tatsächlich über Bücher gefunden, habe ich vorhin auch gezeigt. Und es ist das gleiche in grün. Wenn ihr die Mechaniker-Klasse wählt, dann verlernt ihr sofort auf einem Schlag diese Fähigkeit. Das heißt, baut euch vorher auf jeden Fall das Fahrzeug, was ihr haben wollt, weil dann könnt ihr das erstmal eine Zeit lang nicht machen. Und ihr müsstet hier dann wieder zwei oder drei Punkte ausgeben, was manchmal durchaus entscheidend sein kann, weil es halt echt dauert. Hier haben wir nochmal Erfinder der Robotik. Hier ist es nochmal, dass im Bereich ihr von Roboterwaffen hier aufsteigen könnt. Und ja, auch hier wieder eine Masterclass, wo ihr nochmal mehr Fahrzeuge herstellen könnt als vorher. Also den Gyrocopter zum Beispiel, den könnt ihr erst dann herstellen. So, kommen wir zum Wissenschaftler. Den würde ich tatsächlich auch relativ frühzeitig wählen. Nicht unbedingt am Anfang, aber zum Beispiel, wenn ich Pharma und Hunter gewählt habe, dann vielleicht wirklich den Scientist mit als nächstes. So in dem Bereich einfach, weil ihr hier zum Beispiel die Fähigkeit Arzt mit drin habt und dann halt Verbandszeug herstellen könnt und auch die Wirkung viel größer ist. Also das ist ja gerade am Anfang nicht ganz so irrelevant, wenn man noch nicht so viel HP hat, dass man sich da schnell behelfen kann mit Verbandskästen oder einfach im Erste-Hilfe-Verband. Vor allem kann man den dann selber herstellen. Und wie gesagt, er hat mehr Wirkung. Ja, Science, hier geht es nochmal vor allen Dingen um die Chemiestation. Die könnt ihr auch hier wieder ein Buch finden und dann herstellen. Hat dann natürlich nochmal entsprechende Voraussetzungen. Das heißt, ihr braucht Science Crafting 2 und Tool Crafting 3. Also nur allein das Buch lesen reicht leider nicht. Genau. Das Gleiche gilt natürlich auch für Forge. Also hier müsst ihr auch Tool Crafting 1 und mindestens Spieler Level 5 sein. Und das steigert sich dann entsprechend, je fortgeschrittener die Schmiede ist, desto mehr müsst ihr halt in dem Bereich halt auch sein. Also für ein Advanced Forge zum Beispiel Spieler Level 30 und Tool Crafting auch 3. Ähnlich wie beim Zementmischer, auch hier müsst ihr Science Crafting mindestens Stufe 2 haben. Mining Tool 20, das sollte nicht das Problem sein, weil ja immer irgendwie Bäume fällt oder Lehm buddelt oder Steine abbaut, das geht. Aber auch Spieler Level 20 ist hier Bedingung. Vorher könnt ihr das nicht. Genau, das dazu. Und hier nochmal, wenn ihr viel mit Granaten, Sprengstoff oder was auch immer arbeitet, ist das durchaus etwas, wo ihr hier Punkte ausgeben könnt. Auch hier ist es nochmal, hier steht Zielgeschwindigkeit, steigert sich, Nachladegeschwindigkeit, erhöht den Schaden auch entsprechend. Also ja, hier kann sich jeder so ein bisschen austoben. Meins ist es nicht, aber das ist ja jedem selber überlassen, mit welcher Taktik er halt in 7 Days spielt. Dann haben wir die Security Class. Ist auch gar nicht so unwichtig, weil hier geht es um Angriffswellen, jetzt beispielsweise mit Nahkampfwaffen. Also es können Knüppel sein oder Fäuste, Messer, Macheten. Da wird entsprechend die Angriffsgeschwindigkeit erhöht und auch mehr Schaden entsprechend. Und man braucht weniger Ausdauer. Dann haben wir hier nochmal die automatischen Waffen. Das heißt, wenn ihr da viel unterwegs seid, könnte das auch tatsächlich eine Klasse mit für den Anfang sein. Vielleicht so als zweites oder so. Oder vielleicht sogar auch als erstes, je nachdem. Also, dass ihr da gut gerüstet seid, hier mit den automatischen Waffen schon mehr Schaden macht, ein größeres Magazin habt, akkurater, zielgenauer treffen könnt. Genau. Und zum Schluss, wie gesagt, hier nochmal für die Rüstung entsprechende Werte. Da reduziert sich dann halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr irgendwie benommen seid, weil ihr mal einen gegen den Kopf gekriegt habt oder so. So, und ganz zum Schluss würde ich euch tatsächlich empfehlen, wirklich die Survivalist-Klasse zu nehmen, weil die braucht ihr eigentlich erst dann, um zum Beispiel für die letzte Quest mit Anna ins Waceland zu gehen. Da habt ihr jetzt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Zum einen, entweder findet ihr entsprechende Strahlenschutzausrüstung, also Klamotten in Form von Mods, die ihr dann in eure Kleidung integriert, sodass ihr 100-prozentigen Rüstungsschutz habt. Oder Strahlenschutz, besser gesagt. Die andere Möglichkeit ist, dass ihr Pillen herstellt, nämlich Anti-Radiation-Pills. Und das könnt ihr in der Chemiestation, aber erst, wenn ihr das hier geskillt habt. Also ihr seid dann resistenter. Dann ist es nochmal, könnt ihr hier, wenn ihr gerade mit Verbündeten kämpft, hier nochmal mehr bessere Werte hinbekommen, hinsichtlich zum Beispiel mehr Abwehr- und Nahkampfschaden. Oder generell erleiden die Gruppenmitglieder weniger Schaden. Also da hat halt jeder Bereich hier so seinen Vorteil. Und hier zum Schluss nochmal könnt ihr entsprechende, hier diese militärischen Fasern herstellen, die ihr dann halt auch braucht für diese Schutzausrüstung zum Beispiel. Da wurde das mittlerweile auch reduziert. Früher waren immer für jeden Mod einzeln, ich glaube 18 von diesen Militärfasern notwendig. Jetzt sind es, meine ich, nur noch sechs. Also es ist durchaus auch realistisch, das selber herstellen zu können, wenn man diese Fasern hat. Aber man kann das auch einfach über diese Pilze machen. Genau. So, jetzt habe ich ja die ganze Zeit auch noch hier über diese Master-Geschichten hier gesprochen. Wie kann man das jetzt hier quasi erreichen? Also wie gesagt, man kann Punkte ausgeben. Da das zehn Stück an der Zahl sind, ist das echt eine Menge. Kann man aber machen, wenn man genug hat. Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei ist, ihr findet ein Master-Class-Buch in einem Airdrop. Alles schon passiert, gar nicht so unwahrscheinlich. Möglichkeit Nummer drei. Ihr findet so ein Master-Buch in ganz normalen Loot. Ich habe es zum Beispiel im Bunker gefunden bei Anna. Kann aber auch jetzt unabhängig von Annas Bunker sein. Kann jetzt auch ein, sag ich mal, besserem Loot in irgendeinem Gebäude sein. Aber es wird dann jetzt nicht in einem Tier-1-Haus sein, sondern eher Tier 5 oder Tier 6. Je nachdem, welche Quest ihr annehmt. Zum Beispiel dann in einem Tresor oder in einer Waffenkiste. Auch möglich. Möglichkeit Nummer vier wäre, dass ihr das bei einzelnen Tradern kauft. Kostet dann natürlich. Aber wenn ihr wieder das eine oder andere Heges gilt habt, dass ihr hier besser verhandeln könnt. Das heißt, Dinge sind nicht mehr ganz so teuer. Kann das ein Vorteil sein. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das mit Rezepten zu kombinieren. Wenn ihr, ich meine, Kürbiskuchen, Kürbis-Torte, irgendwie sowas. Da kriegt man auch nochmal fünf Prozent auf den Preis entsprechend. Also auch das ist möglich. Und manchmal hat man auch die Möglichkeit, das eventuell bei den Tradern zu lernen. Also je nachdem, wenn ihr da die Aufgaben bei den Tradern macht, gibt es irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch die Möglichkeit, wo er fragt, ja kannst du mich lehren, bestimmte Rezepte halt zu können. Und je nachdem, wenn man Glück hat, kann da auch manchmal Masterklasse dabei sein. So, und ich habe noch eine Möglichkeit Nummer fünf vergessen. Wir können so ein Masterclass-Book auch selber herstellen. Wenn man das hergestellt hat, sieht das dann nämlich so aus. Das ist hier das roste Hunter Mastery-Book. Kann auch mal einfach angeben, wie wird das Ganze denn hergestellt. Also ihr braucht dafür diese Skill Notes, 480 Stück, Tinte, vier Stück, eine Feder und nochmal das Klassenbuch Hunter an sich. Ich meine, das sind 120 Skill Notes. Das heißt, ihr braucht 600 Skill Notes für ein, so ein Buch. Ihr bekommt pro Buch, was ihr hier habt. Und ich seht, das habe ich zum Beispiel schon gelernt. Das heißt, das kann ich zerlegen. Kriegt ihr zwei raus. Das heißt, ihr braucht schon echt eine Menge, um da auf die 600 zu kommen, sprich 300 Bücher. Auch das kann man schaffen. Alles kein Thema. Aber es braucht halt echt viel Zeit. Ihr müsst viele Bücher finden. Ja, und man kann Glück haben. Man kann aber auch Pech haben, dass gerade wenn man auf Servern spielt, da jemand vor einem war. Also alles verschiedene Möglichkeiten, wie man hier an die Masterklasse kommt. Und das soweit erstmal der Überblick hinsichtlich der sieben Masterklassen, die wir haben. Ganz zum Schluss haben wir nochmal eine Technology-Klasse. Das erkläre ich dann nochmal extra in einem Teil 3 Video. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn euch das Video ein bisschen geholfen hat. Und ja, abonniert sonst auch gerne meinen Kanal, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Also dann, eure Bora.